Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing Special und zwar habe ich gewonnen im Gewinnspiel von Pulitzer in seinem 200 Abonnenten Special und ich habe ein Battle for Zendikar Booster gewonnen und das wollte ich einmal jetzt hier auspacken und ich habe gerade gesehen hier gab es auch noch Bonuskarten sehr schön sehr schön das hat man doch immer wieder gerne freue ich mich auch immer beim MKM wenn da mal sowas dabei ist da haben wir hier den Doom Gap für 4 Colorless und 3 Schwarz oder Grün eine 10-10 Kreatur Trample at the beginning of your upkeep sacrifice a creature you gain life equal to that creature's toughness schönes Ding vielen Dank da freue ich mich drüber da kann man mal überlegen das vielleicht mal einzubauen auch wenn es recht teuer ist aber mal sehen und Living Hive schon ein bisschen played 6-6 Trample für 8 Mana whenever Living Hive deals Comet Damage to a Player put that many one one green insect creature tokens into play ja das waren so die Bonuskarten wie gesagt das ist immer sehr schön sehr nice freut mich auch immer wenn der MKM immer mal sowas hat aber ich würde sagen jetzt gehen wir mal direkt rein hier ins Battle for Zendikar Booster und schau mal was für wunderbare Karten wir hier gewonnen haben so da haben wir ja Inkubator Drone Tandem Tactics Clutch of Curens auch so die Silent Scammer Hedron Blade Dispel 2x Hedron Blade ok so komisch Swell of Growth Makindy Slight Runner 3x Tajuru Beastmaster kommen wir zu den Ankermen Groove Tender Druids 3x Zulaport Cutthroat 3x Skyrider Elf 3x und was ist die Rare was ist die Rare wird das was Schönes sein Oh Cinder Glade ein seltenes Doppelland Cinder Glade also halt Land Mountain Forest macht halt jeweils das Mana wenn man es tappt oder Cinder Glade Entered the Battlefield Tapped unless you control two or more basic lands also das ist eigentlich ganz gut um in der dritten Runde rauszuspielen ähm schöne Karte und gucken wir nochmal was dahinter ist Boah ein Full Art Forest ja war ja bei Zeneca stimmt sehr gut sehr gut und ein Eldrasi Token ich sage vielen Dank lieber Pulitzer hat mich sehr gefreut und äh bin froh dass du meinen Namen da aus der Box gezogen hast auch wenn ich nicht André Kuhl bin aber äh das passt schon äh vielen Dank auf jeden Fall und ich freue mich schon auf das 300er Abonnenten Special bis dahin bleibt mir treu euer Tito bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020